Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anthem. Wir sitzen immer noch in der Lobby rum und schauen und dann haben wir einen Auftrag kommen. Allianzsystem, da wollte ich auch noch hin. Zum Allianzsystem, da sind die beiden. Es tut mir sehr leid, wenn es irgendetwas liegt, was ich tun kann, sagen Sie es mir. Shit. Ich stehe daneben von Stasi an. Allianzstatus. 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 Okay. Hast du nur wieder zu sagen? Du sagst es. Ich musste für einen Auftrag gerade Scar erleben. Als ich da auftauchte, fummeln die gerade an einem Relikt rum. Zum Glück kamen ein paar Freunde dazu. Alles voll mit Elementaren, überall Scar. Und dann tauchte auch noch ein liebes toller Korox auf. Was ist passiert? Teamwork. Fantastische Flugmanöver. Und eine riesenfortzige Glück beim letzten Schuss. Ehe ich mich versah, war das Relikt eingedämmt. Der Korox hatte einen neuen Partner. Und wir haben alles heil überstanden. So langsam verstehe ich, woher du deinen Spitznamen hast. Das hätte echt in die Hose gehen können, das sag ich dir. Aber wozu ist Familie denn da? Gemeinsam stärker, nicht wahr? Das ist die beste Strategie zum Überleben. Etwas Gesellschaft, das war auch immer schön. Mehr Augen, mehr Ohren und mehr Zeugen, wenn du was Geniales durchziehst. Zum Beispiel, wenn du ein liebes toller Korox abfertigst. Sowas vergisst man nicht so leicht. Ich wünschte nur die Planung des nächsten Jobs wäre leicht. Gibt es ein Problem? Meine Freunde und ich wollten uns für einen weiteren Auftrag zusammenbringen. Der letzte lief so gut, warum also nicht? Jetzt können sie sich nicht einigen, welchen Job wir annehmen sollen. Mir ist völlig egal, was wir aus der Liste der offenen Aufträge abhaken. Was steht denn so wahr? Ein Alkalmist sucht nach einer verschollenen Kampfer. Wer steht nicht auf Geheimnisvolles? Oder dem vor dabei helfen, aggressive Wildtiere zu erleben? Garantierte Action! Ja. Und das macht das vorsicherer. Deshalb sind wir hier, oder? Dafür bin ich immer zu haben. Also gut. Deine Wahl wird mich überzeugen. Wünsch mir Glück. Ich bin mir sicher, das brauchst du nicht. Ja, ja. Wir sehen uns. Ja, das war das so Glück. So ein neuer Auftrag. Schon wieder da? Gut. Ich habe Aufträge für dich. Wir müssen daraus gehen und gute Arbeit leisten, um die Leute hier wieder von uns zu überzeugen. Sie müssen daran erinnert werden, dass sie auf uns zählen können. Und dann machen wir den Shit mal. Schutzpflicht. Und dann probieren wir mal den ganzen neuen Shit an unserem Javelin aus. Mal gucken, was die hier oben wieder zu sagen haben. Aber wo waren die Freelancer? Sollten sie sich dazu sorgt, dass euch die Dinge nicht passiert, um sie nicht für eine Zeit in Ordnung zu erreichen? So ist das also, ne? Irgendwie, dass die in Sentinel-Werdy auch irgendwie Javelins haben oder so, ne? Genau. Schieb's auf die Freelancer. Ich mag das irgendwie, dass die auch so Konflikte haben untereinander. Allergier in dem Javelin. Quetsch. Und bumm. Ich hoffe, ich würde mal sagen, Auftrag, Schutzpflicht, Expedition beginnen. Round'em up. Ich glaube, ich spüren wir mal ein freies Spiel so ein bisschen. So ein bisschen off-screen-farmen. Zulale. Ein freies Spiel würde die besten Möglichkeiten, Ember für die Herstellung zu sammeln. Der Scar-Type im Bild approves. Und der Ladescreen, der Ladebalken, hat die Hälfte erreicht. Wir sind so krass dabei. Es wäre, als wäre es ein Teil vom Spiel, diese wunderschönen Ladebildschirme zu sehen. Von Typen mit Insektenhelmen. Wunderschön. Wie sieht der denn aus? Ich hab von einfach Freelancer gehört, die vermisst werden. Du solltest dich auf die Suche nach ihnen machen, okay? Bin unterwegs. Das ist ne komische Waffe. Ey. Nein, die wollte ich auch haben. Also hab ich so viel dazu. Der Verrat. Wird so die Gegend genannt oder passiert das gleich? Solide. Haben wir solide durch die Gegend flattern? Ein paar Freelancer werden von den Scar festgehalten. Hilf ihnen! Ja boi. Alter, are you mad? Haha, look at him go. Let's raid motherfuckers. Alter, warum bin ich so mächtig? Achso, ja. Ich hab mein Schilddash geupgradet. Mag ich. Ja, das mag ich. So eine Waffe. Ja, so eine Waffe ist schön. Ja... Let's get going. Let's get it. Ist der denn nicht so schockt? Ah, sind die gleich voll weg. Voll geschockt, die dudes. Ja. 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 Let's do it. Oh ne, jetzt wird überheated. Schütze! Kein Umgang für Gesetzlose! Kümmer die Verbotten! Aua! Ich hätte wohl mich das Geschütz anschreiten sollen, damit es auf mich spallert. Ja! 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 Ich liebe diese Waffe. Ja! Die ist awesome! Hackt nicht so krass rein wie der Multimerser, aber komm. Der Shit läuft. Komplett? Yeah. Zulana. Danke für die Hilfe. Müblender, Agenten, der wieder Schwenheit zerschlägt. Hilfe. Ich verstehe. Durchatmen. Gut, es kommt noch mehr. Natürlich kommt noch mehr. Sonst wär das ja langweilig. Also, die Flak bringt's nicht wirklich. Yeah. Oh, wie cool war das denn, bitte? Look at him. Geil. Das war doch geil. Straight up vernichtet und wir haben gewonnen. Gut gemacht. Viele werden von deinen Taten hören. Are you bullying? Warm, das war doch was. Dann holen wir uns ja noch ein paar weitere Aufträge überall in der Festung und gucken, wie es weitergeht und sprechen mit Owen. Dem Boy. Soldat. Haben wir alle. Wir haben gut. Allianzbonus bekommen. Schwere Schildverstärkung, Wächterpräzisionsgewehr. Also, la vie verbesserung. Na, Kampfentschrift. Nee, ist... Nee. Ja, wir gehen ins Fort. Gleich zurück in das Fort. Und das Fort der Fortigkeit. So. Ja, wir machen jetzt nicht mehr viel, nur noch ein bisschen Stuff im Fort und dann geht es dann nächste Episode gleich wieder weiter. Mit einer Mission, dann ist das Ganze gut ausgeglichen. Gut. HiPospero, hi... Hi, ja. Hier wieder zwei andere Dudes. Was bist du für eine Bitch? Damn right. Der ist so eine Bitch. Warum müssen wir in diesem Film alle über Freelancer bitchen? Alter. Ren... Hallo. Oh, oh. Was ist los? Du machst mir manchmal ein bisschen Angst. Wirklich? Naja, gar nicht so abwegig. Ich lebe gefährlich. Aber du solltest mich trotzdem besser kennen. Ich kenne dich. Okay, wann ist mein Geburtstag? Fangfrage. Du feierst dich gerne Geburtstag. Also, wann ist mein Geburtstag? Du willst mich reinlegen. Hm, du hast es mir nie gesagt. Wahrscheinlich nicht. Er war für ein paar Tage. Na dann, alles Gute nach dich. Danke. Und wo ist mein Geschenk? Weißt du was? Ich schreibe dir ein schreckliches Gedicht. Hm, irgendwas. Um genau zu sein, haben wir uns an meinem Geburtstag getroffen. Haha, das ist eine Fangfrage. Welches Mal? Kürzlich oder in unserer Jugend? In unserer Jugend. Der Tag hat es für mich bestohlen. Geil. Ich hatte Hunger. Oder Langeweile. Oder Langeweile. Aber es hat sich ausgezahlt. War ziemlich lustig, eine Woche lang Regulatoren zu nerven. Du warst immer auf der Suche nach Ärger. Meinst du, deshalb wolltest du Freelancer werden? Aber man ja vermutlich sagen. Das ist eine große Beobachtung. Nervenkitzel gibt es in vielerlei Formen. Genau das mag ich an dir. Du schreckst nie vor Gefahr zurück, wenn ich ihn dir anbiete. Das macht Spaß. Ärger kann Spaß machen. Und dass wir dafür bezahlt werden? Das ist extra. Sag mal. Was hast du damals eigentlich alleine von TX gemacht? Ich hatte die Nase voll von der Sakumi und nahm mir eine, nennen wir es, ungeplannte Auszeit. Ich streifte umher. Genau wie du, als wir uns in Helios trafen. Ich nenne das lieber meine Selbstfinder. Wegen des Herzens des Korn? Wo ist dein Ziel? Das weiß ich nicht. Ich wollte dich nicht unterziehen. Vergiss es. Vor uns liegt eine strahlende Zukunft. Kopf hoch. Auf uns warten Aufträge. Yeah, da hast du recht. Wo sind die Aufträge? Agentenaufträge. Mission abgeschlossen. Hast du einen Auftrag? Okay. Hat er einen Auftrag? Ja. Eine Agentenmission. Luckyjack, der hat Hilfestellung. Wieder eine Mission. Also wir gehen hier vorbei, holen uns die Mission ab. Wir gehen hier rüber, holen uns die Mission ab. Und wir gehen hinter, dann zum Brin. Ja. Und dann eine Mission ab. So wird's gemacht. Immer schön, dich zu sehen, mein Gott. Liest du die Geschichten an der Mauer? Ja. Ich hab mich schon gefragt, was das soll. Wenn Freelancer fallen, wird ihr Link zu mir gebracht. Im Leben verbindet der Link uns mit einem Kryptler. Im Tod ist er eine Aufzeichnung. Und du schreibst auch, was passiert ist? Ja. Um uns daran zu erinnern, was Freelancer gegeben haben. Das machst du ganz alleine. Es ist eine Ehre. Wir sollten nicht trauern, sondern feiern. Ich will, dass du unsere Toten ehren gehst. Bring mir ihre Geschichten. Und leuchte ihnen den Weg nach Hause. Uiuiui. Okay. Gutes Ding, hol ich dann. Ah, stopp. Wir gehen da raus. Und dann dahinter. Jip. So, mal sehen, wer sich jetzt wieder hier beschwert. Okay. Okay. Was willst du? Hey, ich kenn dich nicht. Ich glaube, dass ich mit dir rede. Du bist der krasseste Freelancer in Fort Tarsis. Mein Name ist Nix. Hallo. Hey, du arbeitest doch mit diesen Krypto-Owen. Ja, warum? Nur so, ich dachte vielleicht beschäftigt dich die Sache mit seiner Krypto-Schule. What? Oh, okay. Vielleicht sollte ich dir das gar nicht sagen, aber... Angeblich haben sie ihn dort übermodifiziert. Übermodifiziert? Ja, das hat ihn wohl ziemlich verkorkst. Wovon redest du? Nicht sicher, ob was dran ist an dem geredet, aber du musst zugeben, Owen ist ein bisschen komisch. Nein, ist er nicht. Haha, hast recht. Ist er nicht. Ich sag dir auch nur, was ich gehört habe. Danke, aber für solche Infos habe ich keinen Bedarf. Ich verstehe schon, du wusstest das bereits, aber wenn du mal Infos über jemand anders im Board brauchst, ich habe ziemlich gute Verbindungen. Kein Interesse. Hey, hey, nicht so vorschnell. Lass uns vielleicht einfach noch ein andermal treffen. Oder auch nicht. Naja, schon verstanden. Wir sehen uns. Er ist so einer. Okay. Na, bleib da. Komischer Typ. Gibt's hier den anderen Auftrag? Bin ich schon wieder dumm? Nein, bin ich nicht. So, awesome. Wer bist du? Ah, Matthias. Ich bin gerade nicht an meiner Leberladen. Verflucht es gar. Ihre verstärkte Aktivität hat meine Forschungen empfindlich gestört. Woran genau arbeitest du? Ich suche nach einem verschollenen Arkanistentext, den man das elysische Manuskript nennt. Er wurde von frühen Mitgliedern unseres Ordens verfasst und ist seit Generationen verschollen. Manche Arkanisten glauben, dass diese Schriften uns helfen könnten, das Verhalten von Gestalterinstrumenten vorherzusagen. Stell dir vor, wir würden ein Relikt Feuerstürme erzeugen oder Skorpedone oder einen in tausend Stücke zersplittern lässt. Wir könnten Leute beschützen. Wohl wahr, jeder kleine Wissensfetzen, den wir finden, hilft. Was machst du vor, Skate? Die heldenhafte Arbeit meiner Assistenten, mögen sie jenseits dieses Lebens weiterhin nach Antworten suchen, haben zu einer Entdeckung geführt. Wie sich zeigt, gab es einen sehr viel genialeren Weg, Wissen weiterzugeben. Unsichtbare Runen. Unsichtbare? Shit. Ich habe deine Neugier geweckt. Du musst dieses Abenteuer wohl einfach fortführen, um es herauszufinden. Meine, unsere Forschung hat eine Stätte offenbart, die unsere Fragen beantworten könnte. Sag mir einfach, wo ich hinmoll. Jupp. Nämlich. Die Hymne der Schöpfung. Pff, okay. Der Monitor geht mit der Hymne auch richtig ab. Na, ich würde auch noch den Auftrag zur SCAR-Kontrolle ab. Was geht? Was geht? Hast du Radio an? Du kannst du nicht. Ja, scheinst so. F*** das. F*** das. Okay. Okay. Kommt man sich der an der Gasse. Und Sie glauben alles, was Sie hören? Sie scheinen furchtbar verlässlich zu sein. Furchtbar? Angenehm. Überraschend? Hat Ihnen zum Mal jemand gesagt, dass Sie nicht besonders gut mit Leuten umgehen können, Brink? Oh, Papierstände. Wie können Sie überhaupt eine... Was? Krass. Cool. Game gecrasht in der Hut. Hm, ich hoffe, dass es nichts verloren gegangen ist. Sonst darf ich wieder über all die Texte gehen. Wie auch immer. Ich gucke jetzt mal, was da so passiert ist. Während das lädt. Hm. Hm. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Komm schon, Spiel. Was habe ich jetzt alles... Habe ich mit ihm jetzt geredet. Habe ich mit ihm in der Zwischengasse geredet. Hier. Ich war nicht dahinten. Aber ich war auch hier. Bei Matthias. Gut zu wissen. Dann seh ich einfach nochmal hinter. Er ist verschwunden. Okay. 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 Der macht das nicht. Vögel. Krass. Nackenverspannungen. Okay. Jetzt können wir nochmal. Ja. Ja, ein bisschen. Äh. Jene sagt wer. Und sie glaubt. Ich. Furchtbar. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie nicht besonders... Oh. Dafür stellen Sie. Wie können Sie überhaupt eine Meinung über Freelancer haben, wenn ich der Erste bin, mit dem Sie zusammenarbeiten? Auf Radiosendungen? Und von anderen Sentinels? Haben Sie je ein Leben als Sentinels in Erwägung gezogen? Mal gucken. Ich hab darüber nachgedacht. Sag ich mal einfach. Vor langer Zeit. Bevor ich zu den Freelancern gegangen bin. Und? Ich hab mir Möglichkeiten durch den Kopf gehen lassen. Hab auch mittlerweile darüber nachgedacht, Launichen zu züchten. Ich wusste schon immer, was ich tun wollte. Hm. Regeln und Vorschriften halten die Welt in Ordnung. Alles hat seinen Platz. Klingt, als hätten Sie das nicht zum ersten Mal gesagt. Der Lieblingsspruch meiner Mutter. Sie war auf Sentinels. Und die liebte Regeln. Verletzt es nicht die Vorschriften ohne Erlaubnis mit Freelancern zu arbeiten? Die Sentinels müssen Sie anpassen, sonst steht ihr bald kein Vor mehr zum Beschütten. Mit anpassen meinen Sie wohl die Regeln absichtlich brechen. Hennen Sie kein Unsinn. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Sentinel Loyalität. Ska-Kontrolle. Die Betrugung der Durchkreuz ihrer Operation. Okay. Dann prügele ich auch ein paar Scars kaputt demnächst. Und was geht hier drüben so? Da ist der Boy. Ich nehme das einfach mal mit. Geh. Einfach mal mit. Und. Wer geht jetzt? Wer ist jetzt ganz nasty? Finde ich auch. Ne, aber mit diesem Typen im Bild werde ich gleich mal sagen, das war es mit dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und. Ciao.